Bierhefe. Bierhefe ist eine Art Hefe, die zum einen zum Bierbrauen verwendet wird, daher der Name Bierhefe. Bierhefe hat aber nichts mit Alkohol zu tun. Bierhefe hat einen hohen Gehalt an B-Vitaminen und deshalb wird Bierhefe zum einen als Nahrungsergänzungsmittel verwendet und auch als Würzmittel. Bierhefe kann man zum Beispiel nehmen, um Gemüsebrühe herzustellen oder auch auf Salaten und Gemüse zu geben. Und viele Menschen fühlen, dass Bierhefe etwas ist, was ihnen auch Energie gibt und ihrem ganzen Organismus gut tut. Andere Menschen merken, dass Bierhefe ihnen nicht so zuträglich ist und dass damit bestimmte andere Prozesse in Gang kommen. Also, ob man Bierhefe verwendet oder nicht, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten in der Naturheilkunde. Am besten ist, du bildest dir eine eigene Meinung. Jedenfalls Bierhefe ist eine gute Quelle für B-Vitamine und bestimmte Aminosäuren. Bierhefe ist eine gute Quelle für B-Vitamine und bestimmte Aminosäuren.